ARD Text im Auftrag von Funk ASTALA BOTS! Wir sind zurück! Gezockt wird Rainbow Six Siege rankt auf Favelas Bereich sichern zusammen mit Igno, Posty, Mabossa und Bolleck! Chalichalo! Chalichalo! Was geht? So, diesmal nehme ich mir einen Turbite Was up man? Was up? Let's go together forever Oh, erknackter Ding Favelas, das liebt Igno! Das weiß ich, aus Erfahrung Oder Igno? Was? Das ist deine Lieblingsmap, oder? Ja, klar Voll geil Wow Ich muss sagen, mittlerweile mag ich die Map sogar einigermaßen Besser als Jacht Besser als Jacht Besser als Jacht Besser als Jacht Doch, ich finde Favelas besser als Bart Stopp, bevor die Runde jetzt losgeht, darf ich euch darum bitten, jetzt weniger zu quatschen und euch ein bisschen mehr aufs Spiel zu konzentrieren, vielen Dank Sehr, sehr gerne Das machen wir die ganze Zeit Nein Ja, genau Quatschen tut die ganze Zeit Ganz klar Jetzt ist es wieder Tryharden Pfeuillen aus Plastik Bitte mal Tryharden aus Metall, danke Okay Nein Nein Nein, Tryharden aus Silikon Aus Silikon Hört sich nach Fußball an Ich save die Drohne, ich werde nicht auf die Hälte gehen Ja, drüben Vito, ich save die Drohne auch Ja, meine ist ja Twitch so, da kann man noch gleich Geräte mit ficken Yes Nein Fick mein Arschlo Mit der Twitch Drohne, also mit dem Taser soll ich die, egal, egal Achso, ne, schon gut Da kannst du ganz so gemacht 50.000 Volt den Anus brutzeln Ja, nehm ich Oh, oh, oh Wieder Bitche-Moves da auf Partei Warum? Das ist nicht ganz smooth Warum was? Geht doch Hier muss die Kamera Immer schön das Kamarga weghauen Würde hier gerne rein Haben wir, wir haben keine Esch, ne, haben wir eine Granaten, haben wir auch nicht Wir haben hier nicht viel, wir haben hier noch ein paar Wände aufgelassen Nicht bestellen Nein, schau mal Wo ist das Fick-Ding, Alter? Ähm Da ist jemand Camp unten an der Treppe ist down Der Raum mit der Ähm Nice, wir können ja easy rein Hinten für Schraub ist frei Alles frei, ja, rein da Toll Nur, dass wir wegen der Castle Scheiß hier nicht rankommen Hibana kannst du, danke Ja sicher Moment, komm her Warte Marvin, warte, 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 warte Auf drei Wir machen die gleichzeitig Ich hab auch noch eine Gibt mir die richtig Marv, kommst du da weg? Okay, Marv Drei Zwei, eins Was? Pass hinten am Kühlschrank auf, ich brauch jemanden, der hinten am Kühlschrank guckt, ob da jemand sitzt So, warte, ich guck auf Kühlschrank, warte, ich komm, ich komm, ich komm Da haben wir zwei Bewegung rechts Und Bewegung links Den Behälter sichern Den Behälter sichern Sicherung des Behälters beenden Verletzt Einer ist durchgeleckt Druckdown Alter, die Pings schon wieder, meine Fresse Digga, wie fällt der aus? Nochmal Nice, nice, Junge Schön Ey, aber ganz ehrlich, der Bandit, ne? Ey, die haben geschluckt, die haben geschluckt ohne Ende, Alter Der Bandit ist einfach, der stand in der Tür, auf einmal stand der 20 Meter vorne Das ist richtig schlimm, guck dir die Pings an und der Bandit hatte 200 noch was Aber der ist rausgeflogen Ja, der ist rausgeflogen, zum Glück Sehr schön, nice Mh, Mira, Waffenraum 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 Mute, Bandit, Mira, ich hätte gern noch einen Jäger, Deko Sehr schön Perfekt Sehen, du soll ihn bekommen Der Bandit, Alter, ich hab den Grasraum mit der Drohne abgecheckt, komm zwei Sekunden später in den Grasraum mit der Drohne Da steht drin Lol Richtig, richtig random, Alter Zum Reinlegen so ne komische Ecke zwischen den Pflanzen Ist, maybe, übersehen, kann sein Achso, okay Bisschen sneaky Hier müsst ihr an, wo ihr die Mira-Fenster hinhaben wollt Äh, lass erstmal reinforcen, erstmal machen Ähm, Marvin, die Fenster am besten erst setzen, wenn die Runde wirklich losgeht Ja, weil dann kommt Twitch und macht einfach auf Wer macht den Job oben? Okay, also ich hatte vor Ich mach den Job oben Dankeschön Hier auf jeden Fall was zu bauen Also mir will ich auch hinhaben Dankeschön, Posty, du machst schon Ne, hier drin ist für die Scheiße Äh? Ja, gut Kessel, 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 Kessel Ja, was? Ja, 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 gleich, gleich, gleich Twitch Drohne Twitch Drohne down Männer, wenn ihr Wände überhaupt, da an die Wand Weil sonst feuern die von hinten direkt durch in unseren Raum Das nimmt uns einen wichtigen Winkel zum Verstecken So, Bandit-Batterien an Einzelwände, ja, denke ich nur Gut, machen wir Ja Okay, dann mach ich hier einmal einen hin Einer ist dran Äh, guck mal, dass wir mit deinem Jam-Mod vielleicht schon in die Twitch Drohne gar nicht reinkommen lässt Das wäre super Irgendwie ein schönes finden Ja, äh So, worum wollt ihr den anderen haben? AVS ist einsatzbereit Äh, eins reicht, eins reicht Ach, ihr wollt nur ein Mira-Fenster haben? Ja, drei Okay Sonst würde vielleicht da noch eins hingehen Oh mein Gott Einen kleinen Raum da Ah, lol Latschlau Schön Genau, dicker Safe, nur ab, dass keiner von oben durchwaschen kann Äh, Nebenraum aufgemacht, hier Zum Fu- äh, Bolleck hinter dir Die Tür, sei vorsichtig Ach, die, oh Ja, hier, direkt Oh, da war ne Drohne Verdammt, der weiß, dass ich hier bin Ja, der kommt Egal, wir warten auf den Die haben nur noch zwei Minuten mit drei Mann Hallo Über uns Ja Achso, ist irgendwo Ja, okay Deko, pass auf, bitte Haben wir die Tür gesichert? Der Hypinger ist weg Egal Doch Drohne zerstört Hier What the fuck? Ach, durchs Drohnenloch Scheiße, haben wir doch ne Die Monarchie gleich Ist durchgelaufen, Posty, pass auf Ich könnte dich waschen Oder mich Die Banner Über weg, der Jäger Ja Ach, Mann Überladung blockiert Müssen gucken, dass wir von oben wieder rein rotieren Ach, ist offen das Ding, guck mal wie schön Irgendwo ging was auf Ich hab hier gerade ein Loch in der Tür gemacht Ash kommt, unten in dem kleinen Raum Welcher? Der da? Der daneben Der gerade zu, der gerade zu Auf der rechten Seite, äh, auf der linken Seite Okay Der raus 40 Sekunden Macht euch auf den Rush bereit Chill Hibana kommt Hibana down Hibana down, down, down Hier, Twitch, Twitch, Twitch Twitch ist markiert Schön, danke Okay Da kommt noch einer Okay, alles klar Das war Deko Nein Schön, Marvin Sehr schön, sehr schön, sehr schön Wunderbar Huh Gut gespielt, Männer Sehr schön, weitermachen Ja War mein Fenstervorschlag doch noch gut Ja Top Hat aber irgendwer aufgemacht, weiß nicht wer Wer von denen das war Twitch Drohne, denke ich mal Ah, okay Okay Ist wahrscheinlich Ähm Super Dann Nehmt was ihr wollt Wir brauchen Termite und Thatcher, oder? Hibana, okay Hm, sonst könnt ihr noch auf Termite wechseln Also wir handhaben's Wir handhaben's Für unser Team immer so Ähm Zwei die aufmachen können Und zwei die Geräte zerstören können So wie es gerade steht Und Genau Setcher Twitch Termite, Hibana Und dann einer der random Wählen kann Was er möchte Den Deko praktisch jetzt hat Machen Sweet Jackal Ja Jackson Was sehen Ob ich ähm Scannen kann Ein paar Romar Ich kann Jetzt sind die wieder zu 5 Ne? Aufpassen Jaja Mit dem Hyping Spass die wieder Dann ping ist normal Oh meine Haar Plotz und fertig Schön Mir fällt das jetzt gerade erst auf Wie krass das wieder geworden ist Och man Den Hypingern, Alter Gestern bei unseren drei Spielen, die wir gemacht haben, waren ja auch richtig viele Hypinge und nur ein Spiel von unten war. Mute, Echo, Mira, Kapkan haben sie im Übrigen auch, passt auf Kapkan, fallen auf. Halbem Schweißausbruch wegen meiner Drohne. Läuft einer? Okay, da fährt auch einer. Ich hab schon mal ne Drohne vor dem Scheißler geparkt. Denk mal Kapkan. Die Türen, alles, die springen manchmal gerne raus. Jupp, okay. Boah, Igno. Ja, ich hab's gemerkt. Waffenraum, ja? Gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Am besten genauso wie die, hier. Harisch. Ich? Ich würde vielleicht gerne gucken, dass wir hier was aufmachen. Genau, Marvin, schöner Thatcher, Nate. So. Äh, Augenhöhe. Augenhöhe und hier dieses Video auf Chalet. Jo, alles klar. Vorsicht, Waffenkammer jetzt auch rauf. Ich schau mit der Drohne rein. Ich guck, was sich da ergibt. Oh, geradezu, geradezu ergibt sich ein Kapkan. Oh, 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 oh. Marin, Alter. Oh, sorry, sorry, sorry. Ist ja alles offen. Oh, halleluja. Ich schenke die Drohne rein. Oh, dazu ergibt sich ein Echo. Ich bin im, bin im kleinen Arsenalraum. Und hinter der ersten Wand hier. Ist ein Echo. Ein Fenster. Okay, neben der Tür ist einer. Echo. Echo. Feindliche Aktivitäten, Bedrohung neutralisieren. Rook sitzt direkt neben der Tür bei den Schränken. Echo ist drin. Echo ist tot. Letzter ist nicht drin. Ah, verletzt, verletzt, verletzt. Messer hier, Messer hier. Messer hier. Ich wollte mit der Drohne, ich wollte mit der Drohne tot schießen. Ich wollte mit der Drohne tot schießen. Ich wollte mit der Drohne tot schießen. Schade. Down ist down. Banana. So ein Drohnenkill hätte es sein gehabt, Diko. Warst du gierig auf den Kill? Ich kann halt nicht mit Drohnen killen. Ich aber. Wer war Twitch? Ich war dran. Einschuss mehr, der wär's. Ein Millisekunden zu langsam. Egal. Hauptsache wir machen das Ding jetzt gleich mit 4-0 dicht hier. Fußball. 4-0. Ist das die schnellste Runde ever? Ne. Auch für Fußball. Ich werfe Fußball, Tantjens. Das ist dumm. Immer Bock auf Mira wieder. Ist geil. Oder nämlich Cavera, ich glaube ich nehm Cavera. Nimm bitte Jäger. Nimm bitte Jäger. Nimm bitte Jäger. Wenn die Jäger haben, dann kann man wieder nicht roamen. Bleib in der Nähe des Raumes und lass ihn gar nicht zum Roamen kommen. Richtig. Oder Roam Jäger. Roam Hunter. Fucking hell. Kein Deutsch-Englisch-Sprach. Scheiße. Was? Mit was? Voll durcheinander werden. Bei mir läuft gerade. Wir verzeihen dir, du bist ja kein Deutscher. Danke. Einer, der es erkennt. Scheiße. Geil. Ich bin ein Auslander. Zielwasser erglänzt. Du viele Tonlöcher, Alter. Ich bin ein Kastelbeweg. I don't care. I love it. So, hier vorne die Ecke bitte muten bei der Castletür. Ist markiert. Ecke bei der Flue. Igno, Mute-Jammer, danke. Damit ich weiss, wo ich nochmal banditieren kann. Wo braucht ihr MIR-Fenster? In meiner Ruße. Warte, zeigt dir gleich eine gute Ruße. MIR-Fenster könnte hier ganz gut sein. Genau. Gefahrgutbehälter lokalisiert Kann ich gebrauchen Zwei markiert, zwei markiert Ich mach die Tür zu dir zu, ja? Ja, ich bleib draußen Alles klar Boah, die kommen alle über da, die haben den Sniper Pass auf, Leute Die kommen alle über die Ostfront Oh, könnt ihr ja machen Oh oh Soll ich dir die Tür nochmal aufmachen, oder? Nein, 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 ich bin runtergerotiert Hier ist der Termite, ist hier auf der Treppe Kannst du den Glass sehen? Nein Warum zocken wir nie mit Valpery, Mann? Wäre gerade echt geil Ich würde ja, aber Äh, Termite kommt hoch Bist du nicht noch eine Drohne? Ich könnte den am liebsten von Hütchen, aber Ah, 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 ah Wer ist denn da? Wurde entdeckt Da ist er, im Nebenraum Den Bio, den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten Oh, fuck Den Bio-Gefahrgutbehälter beschützen Da stand doch gerade einer, der die Tür abgesichert hat, ne? Ja, ich hab zu einer Tür geguckt, weil er bei Renka Irgendwo, weißt du, ob jemand hinter dir ist, im Raum? Alle hier auf dem Grasraum, alle hier auf dem Grasraum, auf der, äh, vor der Castle-Tür ist einer, der liegt da vor der Tür Hör mich daun Der, der sich an eingestellt Der, der Drohne Drohne Platz daun Ey, war weg Auf einmal bin ich gehofft, wochen wir handen Das war nett, der Pin kommt aus dem Flamingro Wow, scheiße Genau da, Marvin Bleib versteckt, bleib versteckt, Marvin Bei mir wird die Ash aus der Richtung kommen Ich warte nur, bis sie durchzieht Oh, Leck von da hinten, wo du da hinziehst, komm die Jekyll Oh, die sind drin Und stoppen Warte durch, warte durch Ash down Rein Irgendwo drin, ihr müsst rein Braut aus dem Kühlschrank Nein, ich hab Was ist mit meiner Maus los? Ich hab hundertprozentig gedrückt Aber sowas vorher nicht Muss ich auch nicht versichern Doch Dann Ende 15 Sekunden Wir können Mäh Also ne Minute, ne Sekunde hatte ich auf jeden Fall schon drauf gedrückt Upsala Wäre schön, wenn dann auch wirklich jeder eine Sache abdecken würde und nicht viermal in eine Richtung gucken und dann Hätt ich weggeklatscht, weil keiner die Tür im Auge hat Sehr toll Kann ich wieder Jekyll nehmen oder brauchen wir noch irgendwas anderes? Könnte noch Thetcher Nimm ich Thetcher Nimm ich Thetcher Thetcher Ah Mach wieder alles Ich hätte auch gleich mal wieder Buck gespielt, aber egal Buck ist auch cool Also Buck Habe ich jetzt öfter in Terroristenjagd gespielt und Echt nice Ja Der ist gut Ja, nur leider keine Ulti die teamdienlich ist, ne? Oder ist die Kann Löcher aufreißen, aber kann jede Sprengladung auch Schon fast wieder vergessen, dass ich die Twitch-Strone saven muss Scheiße Scheiße sag mal nicht Scheiße, macht man Zehn Sekunden Macht oder meint? Macht Aber die macht Losti, wir zocken die gleiche Taktik gleich an, ne? Mit den Löchern Marvin, pass auf, Bitch-Moves von der rechten Seite, die können dutzende Wände aufmachen Guck erstmal, peak schnell Haben die schon einmal gewitscht? Eigentlich noch nicht, ne? Nein, aber kann Nein, ich glaub nicht, ne? Ja, kann, klar Du musst jetzt hier nicht Yolo rumrushen und jede Runde abgeben, ne? Füße Füße Keine Füße Sorry, Bosti Ich mach schon, Deko Ja? Ja, ja Moment, lass mich das mal mit der Drohne kurz rein lenzen 3, 2, 1 Was ist denn mein drinnen? Ah, da Kannst du mich auch nochmal aufmachen? Ja Oh Um die Ecke kriegt er meine, na klar 3, 2, 1 Hier ist ein, hier ist ein, äh, Bandit im Übrigen, ne? Ja Ja Ja, der hat mich eben durch die Wand weggeschossen mit der Drohne Nein, das war ich, ich hab aus Versehen mit der Drohne geschossen Oh, ist weg Der ist, der kommt nicht, der kommt nicht Kannst also machen Ja, gut Ja, aber Häufchen? Ich hab jetzt nur noch eine Ladung, ne? Dann geht's dir gleich Ok Dann sollten wir gucken, dass wir die Genau Das war der Plan So, spinn auf Dann fahr ich mit der Drohne kurz vor Oh, guck mal Direkt hinter der ersten Ecke Genau da ist Castle Perfekt Castle down Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin Ey, sein 200er Wichs ping, ne? Bandit ist hinten durch Rechts, genau da ist Bandit, genau schieß Ja, sehr schön Prosti, schnell aggressiver, aggressiver, bitte GG GG Sehr schön Bellt mir Tolle Runde, Männer Tolle Runde Super gemacht, sehr schön Nicht letzter MVP Wieder in meiner schönen Kluft Und wieder Twitch, oh man So, jetzt schauen wir noch mal eben, wo wir gelandet sind Haben sich die Leute ja gewünscht Ich dürfte auf Gold 1 hochgehen Oh, Platin dabei, Silber Gold 4 Durchgemischtes Team bei denen Gold 1 ohne Gewinne und ich werde Platin 3 Gold 2 Muchachos, danke schön fürs Zuschauen Schaut auch in der Beschreibung nach, da findet ihr alle Kanäle verlinkt Zunächst mal bei der Haut Bye, bye Bye, bye Danke 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 Huig Auf dann gifts w